Alles klar, wir können spielen. Ich teste es aus. Das ist doch nicht wahr. Warum fangen wir jetzt heute früher an? Mann, oh. Und ich habe echt noch so viel Verwurrung gestiftet, indem ich dann gesagt habe, oh, 19 Uhr, Welt gefunden, bitte warten, alles klar. Wir werden verbunden. Ist ja nicht wahr. Wie lange sind die schon online, die Server? Oh, da ist Herr Tierarzt. Da ist Herr Tierarzt. Cool. Und wir sind hoffnungslos überladen, wenn ich mich richtig erinnere. Supi. Ich könnte das Camp natürlich wieder verlegen, aber inzwischen habe ich glaube ich auch nicht mehr so viele Kronkorken. Dementsprechend müssen wir einfach mal gucken. Gamma-Kanone verursacht Strahlen. Ja, das ist schon klar. Vor allem im Kampf gegen... Aus dem abgetrennten Abend seines Namensgebers. Sehr schön. Oh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber ich bin jetzt ein bisschen... Ich habe gedacht, jetzt, nachdem ich mich beruhigt hatte und wusste, ja, 20 Uhr. Es war aber auch so viel Verwirrung im Netz. Wenn man gesucht hat, wie die Beta-Zeiten sind, dann waren da so viele unterschiedliche Informationen. Und dann hatte ja Bethesda Deutschland ja irgendwie was gepostet, das ja angeblich von 20 bis 3 Uhr oder sowas sein soll. Es war sehr verwirrend. Es war sehr verwirrend. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Alles soweit mit allem. Weil ich nebenbei das noch aufnehme, damit ich auf YouTube dann eine bessere Qualität habe. Weil wenn ich das hochlade von Twitch, habe ich eine ziemlich schlechte Qualität. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Schauen wir mal. Wir waren... Huch! Okay, danke. Verbrannter, was? Hier waren wir, genau. Und ich bin hoffnungslos überladen, richtig? Kann ich den Regen trinken? Du bist überladen, verbrauchst beim Rennen AP. Okay, ich sollte vielleicht tatsächlich den, ähm, den Dings, ja, klären, sag mal schnell. Vielleicht mein Camp mal herholen. Wir haben, wie viel? Moment. Was steht da? 250 von 165. Oh Gott, was tue ich? Event der Boote. Da waren wir gerade, habe ich das Gefühl. Da ist unser Camp, das ist gar nicht so weit weg. Ich muss einfach nur nach links gehen, dann machen wir das. Wir gehen zu unserem Camp. Ich musste zwar den Berg hoch, aber ist egal. Ich gehe mal eben zum Camp und lade den Kram ab. Und, ähm, dann werden wir das so machen, weil das ja jetzt heute die letzte Beta vorher erst ist. Ähm, werden wir das so machen. Ihr dürft sagen, was ihr sehen wollt. Und ich werde versuchen, da hinzukommen. So können wir das machen. Also von daher bestimmt ihr unsere Route. Oh Gott, ich muss da erst mal hinkommen, ne? Ich will aber auch nicht das Camp schon wieder verlegen, weil, ähm, das kostet auf Dauer verdammt viele, ähm, Kronkorken. Ich glaube, ich muss die Straße dann hier wieder hoch, ne? Oder kann ich hier querfeldein laufen? Ich meine, dann sehen wir wenigstens noch ein bisschen was. Das können wir mal eben versuchen. Komm. Wir laufen querfeldein und ich sollte mal die Waffe ausrüsten. Besser ist. Ah, und ohne AP kann ich natürlich auch nicht das Wetz aktivieren. Okay. So, also Streaming läuft, Aufnahme läuft, bis jetzt ist alles in Ordnung. Server läuft. Da ist schon wieder so ein Pilz. So, da oben ist Top of the World und dann müsste da auch irgendwo mein Camp stehen. Und ich sehe da nochmal wieder so ein... Ich kann nicht anders. Ich muss so den Pilz hin. Ich muss den Pilz mitnehmen. Da oben ist unser Camp. Oh, sehr schön. Feuer, gut. Alles klar. Herzog, hallo! Euch auch einen wunderschönen guten Abend. Und Rainbird, hallo! Selin, ach, Selin fängt jetzt auch an zu spielen. Ja, die Server sind früher online gegangen. Also, es ist doch echt nicht wahr, ne? Jetzt habe ich erst so ein Hin und Her gehabt auf Twitter. Und Panik verursacht und dann, ne, ne, doch, ne, wurde ja gesagt von 20 Uhr und so weiter und so fort. Und jetzt mache ich mich so langsam fertig und sehe, es wird schon Fallout gestreamt. Also, großartig. So, wir schmeißen erstmal unseren ganzen Schrott weg. Oh, oh Gott, das ist noch lange nicht alles. Was haben wir denn sonst so? Ein Bowie-Messer ist schnell. Macht 13 Schaden. Die Brandaxt macht 40 Schaden, aber langsam. Die packen wir weg. Der Golfschläger ist langsam. 29. Die Impro, die Impro. Dann packe ich den weg. Die Planken packe ich weg. Die Rohrzange ist eh kaputt. Die Splittermine packe ich weg. Das ist nicht kaputt. Warum ist denn das denn ausgegraut? Hm. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Macht 65 Schaden. Warum ist das ausgegraut? Hier das Jagdgewehr. Das. Wir haben eine Laserpistole. Mit 21. Ich packe die aber auch erstmal weg. Und eine leistungsstarke Pumpgun. Ja, hallo. Dann packe ich das weg. Macht zwar mehr Schaden, aber egal. Dann nehmen wir die. Die hat mir jetzt schon den Hintern. Ne, das war die hier. Das heißt, ich packe die weg. Panzer brechen. Wow. Ich behalte die nochmal im Inventar. Kleidung. Wir haben den Fischerhut. Aber ich mag mein Partyhütchen. Nicht absetzen. Also von daher. Wir könnten uns umziehen. Das kann weg. Mein Camp ist voll. Nein. Spiel, warum? Wow. Wie grausam. Wie grausam. Ich brauche einen Händler. Ich brauche einen Händler. Warum ist das voll? Warum ist das voll? Nein. 400. Ich schmeiße das gleich weg hier. Damn it. Na gut. Das kann ja nicht Ewigkeiten. Das heißt, ich kann immer noch. Ich schmeiße jetzt was weg. Das fällt mir so schwer, aber ich schmeiße jetzt was weg. Und zwar. 27. Hier, diese olle Holzding. Oder habe ich irgendeinen richtigen Scheiß hier, den ich nicht haben will? Mr. Sun, hallo. Es geht weiter. Juhu. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon online sind, die Server. Ich war ein bisschen erbost, als ich eben an den PC gekommen bin. Habe ich irgendwas, was wir hier rauspacken können? Irgendeinen Schrott. Das können wir alles verwursten, aber ich kann, ich überlege gerade, wenn ich jetzt bauen will. Wie ist das mit einer Bastelwerkbank? Was fehlt mir denn dafür? Blaupausen, Böden, Wände, Dächer, Herstellung. Wenn ich, nee, Kochtopf brauchen wir nicht, haben wir schon. Ähm, wenn ich jetzt basteln möchte. Hä? Hm. Was ist das? Das ist eine Rüstungswerkbank. Das ist eine Waffenwerkbank. Und das ist eine Bastelwerkbank. Wenn ich die jetzt, die kann ich bauen. Ich baue die mal. Und dann frage ich mich jetzt gerade, ob wir dann Zugriff auf unser Inventar haben, wenn wir dabei gehen. Zu bauen, wechseln. Nein. Wir wollen, ähm, bearbeiten. Achso, den. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Abbrechen. Ich möchte ganz gerne... Nein. Okay, ich muss erstmal eben aus dem Menü raus. Danke. Und jetzt Gegenstände verwerten. Gegenstände verwerten. Wir können eine ganze Menge... Eine ganze Menge verwerten. Oder doch nicht? Das gibt, glaube ich, nur Holz, oder? Holz, linke Arm. Weiß ich nicht. Was gibt das? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ob das so klug war. Ähm. Und herstellen? Was können wir herstellen? Nein. Die, 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 die. Na, 19 Uhr. Nein. Nein, nein, nein. Ähm. Ja, wie soll ich das sagen? Es war eigentlich eine Originalmeldung von Bethesda Deutschland, da es von 20 Uhr bis 2 Uhr oder 3 Uhr heute Nacht gehen sollte. Im Internet kursierten aber irgendwelche Sachen 19 Uhr und ja, toll. Das Mord ist auch. Hallo. Hab bei Paaren Hallo gesagt. Alles klar. Ich glaube, bei Paaren überliest man sowas, glaube ich, sehr schnell. Ähm, was können wir denn machen? Plasma Kern können wir auch basteln. Explosiv Muni kann ich leider nicht machen. Minen. Muni. Da können wir schon was herstellen. 44er könnten wir herstellen, ne? 44er brauchen wir für unsere Kleine. Die war ganz hilfreich, glaube ich. Dann machen wir mal ein bisschen was. Das gibt ja auch EP. Und sonst bauen wir die hier, ne? Die 308er. Armbrustbolzen. Okay. Paddleball-Schnur. Was? Questgegenstände. Den haben wir schon gemacht. Oh, ich sehe. Wir müssen den Verstärker anbauen. Alles klar. Okay, dann verlassen wir die Station mal wieder. Das heißt, wir können jetzt doch theoretisch wieder was hier reinstecken, oder? Ähm. Dadadadadadadam. Pass auf, dann packe ich den Fischerhut. Den könnten wir auch aufsetzen. Aber ich mag das Partyhütchen. Ich will das Partyhütchen aufsetzen. Die Sackkapuze ist hässlich. Will ich nicht. Okay, kann ich sonst so irgendwas wegpacken? Damit wir nicht so hoffnungslos überladen sind. Schrott haben wir schon alles. Ich bin so überladen, ey. Damit wir auch gleich wieder voll loslegen können. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wo wir gleich hin wollen. Ich zeige euch gleich nochmal die Karte. Feuerhut. Fleisch, Topf, Konserve. Ein Rad. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Gewürze packe ich mal auch hier rein. Heilmittel brauchen wir. Hirnpilz. Instapüree hat ziemlich viel Rat, ne? Ne, geht. Kürbiskuchen hat aber ziemlich viel. Oh, Kürbiskuchen. Mit anderen auf Tour? Nö. Ich kann Leute einladen. Irgend so was zum Italiener. Ja, das ist eine gute Idee. Dann packen wir das mal eben weg. Red X brauchen wir ganz dringend. Right Away leider auch. Sahne packe ich auch weg. Oh, das hat kein... Das hat keine Verstrahlung. Großartig. Dann packen wir das nochmal eben weg. 146i verdorbene Sachen. Das ist so. Zeckenblut. Mmh, Zucker. Ich glaube viel mehr. Kleidung. Packen wir jetzt auch mal das weg. Ich bleibe jetzt so wie ich bin. Punkt aus. Da gibt es kein Vertun. Hauptsache wir haben jetzt weniger Kram. Das Bodenmesser bleibt auch hier. Schweren Herzens bleibt auch die Pumpgun hier, oder? Ja, wir haben ja noch die andere. Komm. Wir haben ja die leistungsstarke Pumpgun. Die 44er haben wir zweimal. Das heißt, die kann hier bleiben. 125. Muss gehen. Muss einfach gehen. Ich bin schon wieder durstig. Abgekochtes Wasser. Komm, dann trinken wir gleich ein bisschen mehr. Was soll's. Und wir essen mal eben ein bisschen was. Wir haben natürlich Quests, aber ganz ehrlich, wir sind in der Beta. Was nützen mir jetzt gerade Quests? Das kann ich immer noch alles machen. Deswegen, Karte. Speise und der Hungring. Was ist da? Was? Fluffy the Dog. Alles klar. Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr sehen? Wir waren ja hier schon. Das ist ja Top of the World. Da waren wir. Gibt's hier irgendetwas, was ihr sehen wollt? Ich renne vor euch dahin. Auch wenn ich dabei sterbe. Da ist so ein Kürbisfeld. Okay, da waren wir ja auch schon. Richtig cool. Oh, die Narben sind manchmal echt göttlich. Hier ja ein Riesenrad. Hier wäre der Mothman. Also wir haben hier noch einiges. Das sieht irgendwie nach Nuka Cola aus. Und hier ist Atomkraftwerk. Dann ist hier irgendwie... Was ist das denn? Ist das eine Achterbahn? Hier ist auch irgendwas. Yay. Beta-Teilnehmer können jetzt Freunde einladen. Okay. Ach so, meinst du das? Ja, ich hatte... Ich habe Beta-Keys gekriegt. Und die habe ich tatsächlich dann heute auf... 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 Auf Twitter rausgehauen. Damit die nicht ungenutzt bleiben. Das mit dem Sie... Nein, das ist... Clickbait. Also, Clickbait. Entschuldigung. Dann würde ich nicht... Dann würde ich... Knappes, enges Top anziehen. Und die Kamera noch tiefer machen. Und keine Ahnung was. Ne, 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 ne. Uncanny Coverns. Was ist das denn? Okay. Das sieht alles interessant aus. Also, sagt irgendwas. Wo wollt ihr hin? Das sind aber nur die hier... Guck. Das sind alles die auf dem... Knieschraube. Das sind, glaube ich, die, die hier auf diesem Server sind, oder? Töne ich das richtig? Einige sind offline. Ne. Das nützt ja nichts, wenn ich die einlade. Dann fühlen die sich nur Opa-Troll. Auch hübsch. Okay. Freunde. Ich habe keine Freunde. Musst du auch nicht, Herzog. Um Gottes Willen. Es kommt ja auch dann auf YouTube raus und keine Ahnung was. So, können wir wieder laufen? Danke. Oh, jetzt bin ich schon wieder in der... Kann ich bitte wieder zurück? Danke. So, wo war mein Gehstock, mein toller? Den nehmen wir mal in der Hand. Zack. Und, äh, ja. Also, wie gesagt, ihr könnt sagen, was ihr sehen wollt als nächstes. Derweilen würde ich sagen, wir könnten auch den Duplexer erstmal suchen. Aber dann würde ich schon wieder einer Quest nachgehen. Ich meine, Quests werden wir hier noch genügend treffen. Mach mal dann... Was? Hätte Rainbow Stress? Womit hätte er dann Stress? Ein Biber. Ein Biber. Da oben war noch das Atomkraftwerk. Da könnten wir natürlich auch reingehen. Aber haben wir hier nicht schon Strahlung genug? Wenn ich mir zeigen würde und Kamera tiefer, dann würde der Chat geflutet. Ja, klar. Was ist denn das da hinten? Ach, gar nichts. Das sind nur Bäume. Alles klar. Renne ich denn überhaupt gerade irgendwo hin? Ja, da waren wir schon. Dann würde ich fast sagen, um die Berge herum. Weil hier ist ja irgendwie... Dann können wir zu Not immer noch hier den Duplexer doch einsammeln. Und wir rennen mal ein bisschen in die Richtung. Was? Sons of Dane? Automatischer Alarm? Ich höre nichts. Wo ist der Alarm? Alarm! Alarm! Dass Lissi wegen dir heult. Ja, ja. Er hasst uns alle. Ein Biber. Wieso höre ich denn nichts? Ich mag das immer noch, dieses Schafstellen und keine Ahnung was. Oh, der Baum sieht aber cool aus. Der sieht irgendwie besonders aus. Ist aber, glaube ich, nicht. Warum gehe ich denn auf einmal so langsam? Oder kommt mir das denn so vor? Jetzt sind wir wieder hier. Da oben sind, glaube ich, die Supermutanten. Ja, wir können auf der Straße lang gehen. Da 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 da. Und Lissi macht kein Clickbait. Ja, es gab eine schöne Farsche. Ach, das fand ich so hübsch. Die, die... Ein Teil der Dame liegt übrigens hinter mir in der Schublade. Und ich sage nicht, welche. Ja, ich zeige euch meine Möpse. Ach, ich liebe Möpse. La da 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 da. Oha! Was war das? Äh. Ist ja das Brahmin gerade einfach so umgefallen? Nein! Was ist denn mit denen los? Warum sind die tot? Sind die gerade... Die sind doch gerade eben umgefallen. Die sind aber leer. Das ist unheimlich. Das ist sehr unheimlich. So, da oben war ja die eine Sendestation. Da liegen auch drei Stück. Was ist denn hier los? Sind die überfahren worden? Roadkill? Das eine ist gerade runtergefallen. Das sind sogar vier. Oder? Ne, sind doch drei. Na, Oprosom? Was ist los? Das sind vier. Fünf! Sechs! Oprosom, was hast du getan? Was ist denn hier los? Das macht mir Angst, dass die Bramins fallen, die vom Himmel oder sowas? Kriege ich gleich eins auf den Kopf? Oder war das Kuhschubser? Wo renne ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Da liegen wieder tote Bramins. Was ist denn hier los? Warum sind die tot? Da liegt auch eins. Passiert hier gleich irgendwas Fieses? Oh Mann. Und die sind alle leer. Viel schlimmer. So, da vorne kommt, glaube ich, das Gebäude. Das ist ein Radtisch. Ja, ja, APs alle. Alles klar. Ich habe mich voll auf die Sohne gefreut. Und dann passiert etwas, was ich nicht vorher ahnen konnte. Das tut mir leid. Ich habe leider keine Möpse. Okay, da knallt es ganz fürchterlich. Das könnte ein Event sein. Aber ich mache keine Events mehr alleine. Wir können mal gucken. Wenn das... Es released ja auch bald. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich bis heute Nacht durchhalte. Das habe ich aber gestern auch gesagt. White Powder. Puderzucker. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Responder. Ja, ja. Okay. Das released ja nun mal bald. Und dann kann man immer noch mal in Ruhe gucken. Ich weiß ja auch noch nicht. Es wurde ja noch nichts über private Server gesagt oder erwähnt oder... Sonstiges. White Powder Wintersport. Ach, deswegen White Powder. Alles klar. Oh, was ist das da hinten? Sieht auch cool aus. Sieht alles cool aus. Ich will alles sehen hier. Wieso habe ich den denn jetzt überhaupt nicht getroffen? Wow. Was für ein Skill, ey. Nicht einen Treffer gelandet. Das ist aber traurig. Warte mal, wo ist denn meine Lieblingswaffe? Alles klar. Geht doch. Geht doch. White Powder Wintersport. Eine Skilounge. Oder Sk... Wie heißt das? Skidingsbumsens? Ähm. Ein Skiort. Anforderung eines was? Vorratsabwurfs. Fordere einen staatlichen Airdrop an. Ja. Gerne. Da drin ist noch einer. Das sind zwei. Okay. Hä, hier ist... Okay, jetzt reicht es. Dafür würde nicht wahr sein. Muss ich mich erschlagen lassen. Oh, Redex ist verdünnt. Ja, nehme ich auch sehr gerne. Oben ist noch einer. Zahnpasta. Wer braucht schon Zahnpasta? Oh, was ist das? Ist es grün? Was? Suprathor? Frostschutzmittel. Brauchen wir bestimmt. Schießpulver auf jeden Fall. Schraubenzieher. Nein. Warum bin ich... Gehe ich denn gerade so langsam? Bin ich verletzt? Habe ich einen Status oder irgendwie sowas? Effekte? Nö. Alles okay. Die, 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 die... Oh, ein Hotdog. Ja, die nehme ich, ne? Salz, Pfeffer. Oh, oh, oh. Da kommt Besuch. Ach du Scheiße. Willst du mich verarschen? Hilfe, Hilfe. Wieso treffe ich die denn nicht? Oh. Okay, wo ist mein... Dann nimm die Mach. Hälte es mir doch sowas von egal. Aber hau zu. Alter. Oh, lass mich hier raus. Ich sterbe. Nein, lauf, 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 lauf. Lauf doch. Mann. Ich habe nichts mehr. Ich muss was essen. Großartig. Insta-Püree und Hundefutter habe ich mir am besten mal eben rein. Das bringt aber so wenig. Moorwurfsrattenhappen macht zu viel. Pfeffer können wir auch essen. Wow, macht ein Prozent. Ja, muss so gehen. Müssen wir eben halt ein bisschen kraucheln. Lass nämlich mit. White Power. Ich, äh, ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich fand es auch erst sehr anmaßend. Ups, ach, das ist oben immer noch. Alles klar. Sicherung nehme ich gerne mit. Das klingt so, als wenn wir es gebrauchen könnten. Okay, ein Vogelkäfig. Holzeimer. Hm. Noch ein Hotdog. Sehr gut. Salz, Pfeffer, noch ein Hotdog. Nehme ich doch mit. Ich gehe mal eben kurz in den Terminal, aber viel lesen und sowas machen wir jetzt nicht mehr, ähm. Leere Milchflasche brauchen wir nicht. Wir wollen ja ein bisschen die Zeit hier nutzen, ne? Na, Mitarbeiter Terminal. Wir gehen mal eben ganz kurz rein. Okay. Ach, du Schande. Das ist wieder verdammt viel. Flugmaschine über mir. Ich hoffe, ich habe keinen schweren Fehler gemacht. Sie hatten keine Chance. Habe ich das Feuer eröffnet? Oh, oh. Äh, das ist irgendwie, ja. Nach dem Abwurf, ne? Drohung vom Weipen. Alle erschossen, alles klar. Mein rechter, rechter Arm. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche uns allen viel Glück. Alles klar. Dann gehen wir mal nach oben, ne? Halt, da ist eine Kiste! Und ein Safe. Den könnte ich sogar entsperren. Wenn ich es denn könnte. Och, komm. Äh, warte. Ja. Nehme ich. Nehme ich. Und Vorkriegsgeld auch. Das Silber lassen wir mal drin. Und was haben wir hier? Dann nehme ich alles mit. Alles klar. So, dann erlösen wir den da oben mal. Ist das nur einer? Nein, es sind zwei. Es sind zwei. Okay. Oh, wow. Alles klar. Okay. Man muss nur lang genug warten, bis sie dicht genug dran sind. Kronkorken nehme ich gerne mit, weil so oft, wie ich das Camp hier, ja ist ja gut, wie ich das Camp verlegen musste. Oh, warte. Was ist das? Das ist eine Waffenwerkbank. Oh, Gott sei Dank. Können wir was reparieren? Improwaffen. Ne, ich will was reparieren. Warte, warte, warte. Modifikation. Wir könnten auch was modifizieren. Kann ich was modifizieren? Was macht denn der Stummellauf? Warum kriegt man nicht gesagt, was das macht? Was, kurzer Standardlauf? Nein, 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 nein. Die ist auch ganz gut so. Den Gehstock auch nicht, ne? Schade. Dann würde ich sagen, will ich mal eben gucken, ob ich reparieren kann. Ja, stelle, wie macht man das denn mit Space? Und jetzt reparieren, bitte. Kann ich was reparieren? Die kann ich reparieren, okay. Die leider nicht, weil was? Mir fehlt dazu bestimmt irgendwas, verdammt. Und er ist fast kaputt. Das heißt, ich muss die Machete nehmen. Alles klar, ich muss leider die Machete nehmen. Skilounge, das ist richtig, ne? Armee Munitionstasche. Ich weiß nicht, ob ich die brauchen kann. Ari Nintail Fox. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ein Ski-Outfit. Das können wir gleich mal anziehen. Da ist noch was. Ist das auch ein Ski-Outfit? Ja. Ich nehme wieder alles mit. Man kann sich ja auch ein Skischwert craften. Nee, nee, nee. Nicht noch mehr Scheiß. Oh, das fällt mir so schwer, das liegen zu lassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt. Das alles liegen zu lassen. Oh, das ist so übel. Oh, ein Plüsch Eisbär. Oh mein Gott, ist der süß. Gleich alles über den Haufen geworfen. Aha, Kronkorken. Ich sehe dich. Haha. Wir können wieder zweimal das Camp verlegen. Am besten irgendwie in die radioaktive Wüste oder sowas. Kickball, Dinnergabel? Nee. Das ist aber nett hier. So im Offen. Das können wir nicht entsperren. Ich habe keinen Skill dafür. Bist du tot? Ja, bist du. Das ist eine Bastelbank. Könnten wir uns vielleicht merken, wenn ich es mir merken könnte, dass hier sowas ist. Mais? Doch, Mais können wir mal eben mitnehmen. Kann ich was kochen? Nein, weil mir schmutziges Wasser fehlt. Das heißt, wir könnten mal wieder was holen. Okay, Nahrungsmittel. Können wir gar nichts machen. Doch, Mais-Suppe. Na gut, besser als nichts. Das war's. Ja, verlassen, alles klar. Gut. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Hier, das ist die... Ah, White Powder Wintersports. Okay, wir sind relativ dicht am Duplexer. Frage. Wollt ihr jetzt irgendwas hiervon sehen, was ich euch zeigen soll? Das hier zum Beispiel oder hier oder da oder da oder da oder da oder sollen wir questen? Tatsächlich hier den Duplexer holen, den Verstärker basteln und einfach weitermachen. Dürft ihr entscheiden. Da ist noch eine Kiste. Da ist aber nichts drin. Warum gehe ich so langsam? Ich verstehe das nicht. Ich bin noch langsamer als sonst, oder? Wenn ich das so sehe, wir gehen so tüddelig. Habe ich auf irgendwas gedrückt? Oh, wir haben gerade maximale Krankheitsresistenz. Alles klar. Wir gehen mal ein bisschen gucken hier. Wow. Okay. Die Frage ist, ob wir hier irgendwie hochkommen. Da unten ist ein Bus. Danke. Ach, danke. Die Umschalttaste. Wo kommt das denn jetzt, ja? Danke des Mordes. Da rennt sie wieder. Ja. Auf Twitter einen Follower verloren. Ach, Gottchen. Oh, warte. Da liegen Flaschen. Okay, wir rennen einfach jetzt mal hier runter. Irgendwie kommen wir ja schon hin. Irgendwo werden wir auch hinkommen. In den Pip-Boy. Genau. Ja, ich habe versehentlich dann die Umschalttaste gedrückt. Das ist mal mies. Repariere das Sendeturm-Terminal. Okay. Ja, ich will jetzt aber auch irgendwo, da vorne ist was. Na, guck mal. Weil das kann ja nicht angehen. Ich meine doch, das ist trotzdem schön, hier durchs Ödland zu laufen. Aber ich würde natürlich auch ganz gern was sehen wollen. Was? Schwacher, wilder Ghoul. Wo? Wo, wo? Hast du einen gesehen? Schwacher, wilder Ghoul. Da vorne. Ach, da. Da, ganz. Mann, hast du ein gutes... Oh, nachladen wäre ganz gut, ja. Er ist natürlich nicht alleine. Komm, das war ein Beinschuss. Oh. Also, weißt du. Die Haare. Sieht immer so putzig aus. Großartig. Ich, ähm... Was ist die Armee von Munition? Na, jetzt habe ich den Tafellöffel mitgenommen. Wollte ich nicht. Kann, glaube ich, gleich mal ein verdünntes Redex nehmen. Äh, Redaway nehmen. So, da sind wir auch wieder auf der Straße. Großartig. Wo kommen wir denn da hin? Nein, nicht die. Oh nein, 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 Shit. Oh, die sind so ätzend. Die waren ja auch in diesem einen Event. Ah! Die sind so... Oh, Gott, sind die ätzend. Shit. Ich hab mich zum Heilen. Die sind so schrecklich. Ja, komm, hier einzeln am besten. Einzeln. Einzeln ist gut. Einzeln könnt ihr hierher kommen. Ah! Und dann triffst du noch nicht mal sofort. Oh, shit, 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 shit. Oh, den hab ich? Oh, Gott. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das sind noch zwei. Ich renn mal eben. Ich muss hier weg. Hinter dem Baum bleiben, hinter dem Baum bleiben, hinter dem Baum bleiben. Egal was. Lauf, 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 lauf. Shit, ich krieg doch jetzt nicht mal eben was zu essen. Oh, Mann, das ist so nervig. Holzkiste. Ich muss mal eben was essen. Hotdog. Vierrad. Na toll. Daaa. ipsadテps. Wenn es dieses Datожно ist,